Guten Tag, mein Name ist Stefan Ziegert und ich bin bei Scania Deutschland-Österreich verantwortlich für die alternativen Antriebskonzepte. Heute möchte ich Ihnen unsere Gasmotoren präsentieren, weil Scania hat eine neue Ära in Bezug auf Wirkungsgrad und Effizienz bei den Gasmotoren erreicht. Wir bieten zwei unterschiedliche Motoren an mit drei unterschiedlichen Leistungsstufen. Einen Fünfzylinder 9 Liter mit 280 und 340 PS und einen Sechszylinder 13 Liter Gasmotor mit 410 PS. Alle diese Motoren erreichen fast das gleiche Drehmoment wie unsere Dieselmotoren. Diese Gasmotoren können sowohl mit CNG, also mit komprimiertem Erdgas, gefahren werden oder halt mit flüssigen, tiefkaltem Erdgas, das man auch LNG bezeichnet. Der Vorteil von einem Gasmotor ist, dass der CO2-Ausstoß erheblich geringer ist im Vergleich zu einem Dieselmotor. Wenn Sie fossiles Erdgas nutzen, um bis zu 15 Prozent, sollten Sie Biogas nutzen, um bis zu 90 Prozent CO2-Reduktion. Der weitere Vorteil ist, dass Sie um bis zu 50 Prozent das Geräuschniveau dieser LKWs reduzieren. Das heißt, hier ergibt sich für den Einsatz des LKWs ganz neue Möglichkeiten, nämlich vielleicht auch in den frühen Morgenstunden oder in den Abendstunden die Fahrzeuge in der Stadt zu nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Fahrzeuge vom Staat gefördert werden. Es gibt mehrere Förderrichtlinien. Eine Förderrichtlinie bezieht sich auf die Anschaffung der Fahrzeuge und unterscheidet je nach Antriebskonzept nach CNG und LNG und diese Fahrzeuge sind bis Ende 2020 von der Maut befreit. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Ihren Scania-Verkäufer.